Hallo und herzlich willkommen in der Luft mit Goff. Vor mir pflückt der Wilderer, unter dem Wilderer pflückt der Matrixman und links davon pflückt der Gerwulf. Da sollen wir für Gleitschutz geben, aber der pflückt mit dem Bomber mitten in die Massen rein, das ist keine gute Idee. Und ja, drunter ist er. Mit dem Bomber immer ganz nach oben und nach links oder rechts ausscheren. Ja, und den habe ich nie getroffen. Ich habe zwei Bombenziele oder so getroffen. Es ist schon festgelegt, wer welche Position hat. Also der Wilderer möchte erster werden, hat er gesagt. Ah ja, ja. Irgendwie so, ja. Das sind jetzt alle so drin, toll konzentriert an der Arbeit. Mal schauen, ob er es getroffen hat, das mal. Gar nichts. Doch, der Wildrohr hat zwei getroffen. Nein, ziel zerstört, ziel zerstört. Jetzt zwei habe ich. Sehr gut, sehr gut. Die, die sich nicht rühren. Sind die leichter, ja. Aber die anderen musst du nicht vorhalten. Huch, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Wo ist er denn? Ist ein Gratler, da ist er. Weg da hinter dir. Ja, vor mir auch. Das ist mehr lauter Öl. Boah, ich habe keine EMG nicht. Jetzt geben Lot halt nach. Drecksknarre. Zweit hinter dir, sogar Bomberjagdchen. Ja, ja. Ich habe ihn drauf. Jawoll! Und der eine hat den anderen mitgenommen. Kriegst den neuen Abschuss. So, ich kann schon wieder nicht mehr fliegen. Ja, da waren zwei hinter dir. Der eine ist gestorben. Und der hat einen anderen mitgenommen. Wie lustig. Ich mag die Hochfliebomber nicht. Da treffe ich überhaupt nichts. Ja, da musst du durch V durchschauen. Ja. Na gut. Als ich letztens durchgeschaut habe, habe ich auch nichts getroffen. Ja. Feindliche Truppen verrichten. Feindliche Baden zerstören. 'dehr. Ich weiß ganz ähn compartmentaliert geht wasnse. Wir reißen jetzt die anderen gar nichts. Bebe! Schieß noch ab. Nein, Bebe. Nein, jetzt ist schon wieder einer hinter mir. Hört ihr auf mich geschiesst? Warum trieb ich dich nicht? Ich hab ihn genau im Visier. Kreuz, Zakramit, Zakramit. Oh nein, meine Waffe klemmt. Waffe klemmt noch immer. Waffe klemmt noch immer. Waffe klemmt noch immer. Sehr gut, sehr gut. Das ist das Ärgerliche. Das war das Kurdi-Flugzeug. Bremsen können. Die schaut nicht so gut aus. Waffe klemmt. Nein. Komm, entklemmen. Entklemmen. Toll. Warte scheiß Flachse so schiessend. Idioter. Ist ja nicht so. Na, die anderen Flach schießen nicht so gut wie mir. Von den Hosen geflogen. Ich hab natürlich volle Breizeiten gekriegt. Scheiße, scheiße. Zumindest die Abschlusshilfe noch. Wissen sie nicht mehr besser zum Helfer, als dass wir da in die Neu fliegen. Ja, die letzte Runde... Aber bei dieser... Leider wohl nicht. Nein. Dann haben wir leider nicht anknüpfen gegen unsere Leistung. Naja. Ja. Okay. Kann ich 21 bis 23. Wenn sie 7 war, ist bloß 1. Egal. Fertig. 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 Die Folge machen wir fertig. 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 arteriesseing. Vergiss nach dem Abheben das Fahrwerk nicht einzufahren, gell, ey? Mhm. Wenn man nicht starten, das haben wir schon mal gemacht. Was ist das? Das ist was zum Flügen, glaube ich. Das ist sehr bergig mit Canyons und so. Mhm. Das ist wie eine Stadt. Bloß in der Luft. Und mit Glück. Hä? Was laberst du? Labert es am Morgen. Das stört ja die vorgehobenen Ziele. Okay. Die feindlichen Flugzeuge. Ja klar, die erfolgen nach wo hin? Im Tod, oder was? Na, na, na. Kommt her, ihr Boden zum Licht. Schauen wir mal, wo es trifft runter. Na, Bomben, brauche ich auch nicht rein. Wir stocken den Beschuss. Zum Nachhören, gell. Wir haben ja rausgeschossen. Komm, wir sind die ganze Ziele. Ich bin jetzt eh schon doof. Ja, höchstpersönlich. Da fliegt jemand mit dem Fallschirm raus. Jetzt sehen Sie noch einen Piloten abgestürzen. Kann man den abschießen? Oh, zibili habe ich wieder alles geschafft. So, bitte wenden. Für was hat man denn den Heckschützen, wenn der überhaupt nichts anricht? Schau mal, der hat bei mir glaube ich noch nichts getroffen. Auch wenn es selber schießt, fällt nichts. Es brennt. Wunder, schlepp mich ab. Mein Probeller ist gut. Ja, Druck 0, Druck 0. Dann passiert was? Dann schlepp mich ab. Achso, hab ich schon, hab ich schon. Bam, bam, bam. Ich werde tierisch beschossen von hinten irgendwo. Sanfte Landung. Jetzt steige ich raus. Mein Heckschützer schießt noch, ich warte noch. Vielleicht trifft ja einer was aus Versehen. Hüfelstück quasi. Das wäre fies, wenn du irgendwo im Wald landst und mit dem Heckschütz nochmal anschießt. Ich werde da sein. Äh, wäller. U-A-Y-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A. Scheiße. Das ist eher nicht so toll. Ja, ich habe eine Kurven geflogen und er hat eine Kurven geflogen. Jetzt haben wir ineinander gekriegt. So, jetzt sagt ich schon klug. Wo ist sie denn? Ich schick noch nicht. Ich bin nicht drüber weggeflogen. Wer war das? Wo ist die Sau? Wer war das? Zeig dich, du Hund! Also, ein Bomber ist kein Jäger, gell? Genau. Aber der Bomber, den ich habe, gell? Das ist ein Jagdbomber, der ist knapp. Das ist echt eine Jagdbomber. Der ist ganz schön wendig. Aber natürlich haben sie einen Piloten wieder rausgeschossen. Das war eh knapp. Jaja, trifft er nie das Flugzeug. Trifft er immer nur einen Piloten. Ja, aber ein bisschen Bedrängnis. Ja, ich weiß. Nein, du Grün! Jetzt brauche ich dir nicht mehr helfen, gell? Ja, bis jetzt lebe ich noch. Aber... Du hast keine Munition mehr. Na toll, was du jetzt hättest, eventuell mal... Jetzt gehen wir grad zu viert auf den einer Burdiag zu. Jetzt ist er hin. Das haben sie mal nicht auf den Gleiten losgegangen. Faro Master, fliege ich zu. Faro Master, Faro Master, der muss sterben. Der ist rausgekommen. Dem wurde es aufgelegt. Was ist denn? Oh, jetzt kommt er schon wieder. So ist er. Nicht zu all einem Jahr. Nicht zu all einem Jahr, aber... Und lass mich einfach rein. Was interessiert mich denn die Karten? Wo ist er denn? Ich sie... Jaaaa! Ey, Unterstützungsfeuer! Cool! Me one, me two, dann komme ich gar nicht nach. Ja klar, der in den Wendekreisen mit seinem blöden HI-100, der ist grad so schäbert. Hm. Meinst du, das ist eine knappe Geschichte? Wo ist der? Na. Wie kommt dem Tipp nicht nach? Was ist denn das für ein Flieger? Bestimmt ein Deutscher, der verdammt Luft. Weitersohn! Weitersohn! Oh, ich hab jetzt nicht allzu viel zu rissen, dieses Mal. No ist nicht vorbei. Abgeschlossen. Jetzt ist's vorbei. Scheiße. Jetzt ist's dabei. Sag ich ja. Oh, ich hab' ja nicht viel zu rissen. Sag ich ja, das war mal die Idee, dass wir fliegen. Ja ja, was zog's gemacht. Ja, du bist der Beste. Sehr schön. Nein, eben nicht. Fuchzenter? Ich seh mich noch nicht. Öh. Zenter, du bist nicht Fuchzenter. Zenter, glaube ich, oder? Schlachttrophäe? Der Zenter, älter. 7500. Was? Die Ritarik? Ja. Ich bin auf Platz 4, noch bloß ein Tausender gekriegt. Nein, 3000. Ja, ich habe ja ein Schlachttrophäe gekriegt. Aha. Brauche ich mir runter. Also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Und Servus. Servus.